Musik Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plutty Cave zusammen mit Buki, hallo! Hallo! Und wir joinen. Ja, ich bin schon auf. Okay, wunderbar. Oh, hier liegen noch Samen. Ah, wunderbar. Wir werden auf jeden Fall diese Folge auch wieder beschäftigt sein hier mit dem Farmen, weil wir jetzt einfach Smaragdab brauchen für Diamantrüstung und so weiter. Ähm, und wir haben jetzt eine ziemlich effektive Farm hier, wie man sieht. Genau, das stimmt. Ähm, genau, letzte Folge kam ja nur bei mir, ähm, weil, ja, Gründe haben wir in der Folge, dann muss ich jetzt hier nicht nochmal machen. Auf jeden Fall. Ähm, gut. Haben wir da wirklich ein bisschen unsere neue Base, äh, nicht unsere neue Base, unsere Base gefunden? Wir haben unsere Base gefunden, wir haben unsere Base gefunden. Warte mal. Oh, nö, es hat geklingelt. Ja. Hier sind Zombies in der Nähe, bedeutet, wenn die Zombies in der Nähe sind, ist es ein bisschen Hohlraum und normalerweise müsste ja alles voll sein. Ja, stimmt. Scheiße. Warte mal, in die Richtung. Okay, dann grab dich mal da hin. Guck mal, vielleicht haben wir ja sogar da irgendwie noch eine Höhle. Warte, das wäre so premium. Hier irgendwo ist das. Bitte eine Base. Das wäre sehr, sehr edel. Das wäre nicht nur edel, das wäre einfach das. Komm, bitte, bitte, bitte. Das wäre... Das wäre... Wo, warte mal. Psch, psch, psch. Hier ganz... Die sind nicht weit weg von mir. Zombigeräusche oder andere? Zombies, Zombies, Zombies. Wo ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Über mir? Oder unter mir? Ich weiß, das ist richtig... Das ist gerade richtig... Spannend. Aber ich drücke schon wieder F. Ich will einfach nur die ganze Zeit... Es ist ganz nah. Komm mal her zu mir, Zertani. Ja, ich komme. Äh, wo... Wo hast du dich denn? Ach, da. Hörst du das? Ja, höre ich. Warte. Das kommt von hier auf jeden Fall. Meinst du? Ja. Und von hier unten. Ja, das ist relativ weit unten. Nee, so tief war das nicht. Oder? Ich höre jetzt gar nichts mehr. Hä? Oben war was richtig laut. Da. Hier irgendwo ist doch was. Über uns? Oh. So, wir... Wir nehmen jetzt... Das ist komplett auseinander. Das ist mir scheißegal. Hä? Hier ist ein Zombie. Hier. Wo kommt der denn her? Von hier oben kommen die runtergefallen. Hast du hier den Weg gebaut? Ja. Da... Da oben ist was. Tatsächlich. Tatsächlich. Bitte Base, bitte Base, bitte Base, bitte Base. Oh nein, hier ist nur ein Gang. Hä? Oh nein. Warte mal. Hier geht es aber so zickzack lang. Vielleicht finden wir hier in den Gängen irgendwie was. Kann ja sein. Unwahrscheinlich. Oh, ich hatte gerade richtig Hoffnung. Aber den Gang haben wir auf jeden Fall nicht gebaut. Nee, nee, das nicht. Vielleicht geht es hier... Ich gucke jetzt einfach mal hier gerade mal. Weil... Oh, ich hatte... Oh, Mann. Oh, Scheiße. Das hier... Ich habe was gefunden. Nein, eine Base? Ja, aber eine verlassene. Scheiße. Oh, nein. Eine verlassene Base. Tiere und alles kaputt. Und... Hier stehen noch so die Überbleibsel. Mit Werkbank, Ofen und Truhe. Ah, schade. Sag mal, wie sieht die Base aus? Vielleicht ist hier irgendwo noch eine geile Truhe, die nie gefunden wurde. Ja, ich baue hier mal alles weg. Das sieht nicht... Doch, das könnte... Ich weiß auch nicht, von wem die ist. Keine Ahnung. Hier ist ein Gang. Hast du... Hier war ich noch nicht. Hier habe ich aber nur einfach abgebaut. Einfach mal in alle Richtungen. Lass mal in alle Richtungen so 30, 40 Blöcke bauen. Ja. Kann ja sein, dass hier vielleicht irgendwo was versteckt ist. Das wird eine Tierfarm ja gewesen sein. Sonst hat man doch keinen Zaun da, oder? Und eine Tierfarm baut man vielleicht nicht direkt in seiner Base. Du hast mal ein Gedanke dabei jetzt vielleicht. Ja, das kann... Oh, das wäre so geil. Kann sehr gut sein. Und das ist hier auch... Hier genau... Genau unter der Bedrock-Schicht. Also, das ist schon echt... Vor allem, wie nah das war. Richtig nah. Oh, Öfen gefunden. Ne... Ne Pace. Sogar... Nicht im Ernst. Ja. Der ist direkt an der Worldboarder. Wir hätten das nicht einen Tag später finden dürfen. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst, der jetzt... Doch. Ja, Mann. Und... Und wir haben auch noch... Oh. Oh. Wessen Base ist das? Das könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben. Wessen Base das ist. Oh. Alter Schwede. Oh, hier verzaubertes Eis... Nehme ich direkt mit. Verzaubertes Eisenschwert. Sauber. Ja, Mann. Lack des Todes. Was ist das für eine Base? Oh, ich war... Ich wollte vor zwei Blöcken... Also, ich hab... Ich hab vor... Keine Ahnung. Zwei Blöcke vor den Öfen gedacht. So, jetzt dreh ich um. Hier wird ja nichts mehr sein. Oh. Oh, nein. Wer kann das sein? Vielleicht könnte man theoretisch hier nachjoinen oder so. Aber ich hab keine... Die Base sieht... Obwohl doch, die könnte eigentlich noch... Zehn Minuten verlieben. Ach ja, genau. Wir können sie durchziehen. Oh. Alter Schwede. Das könnte man nicht sehen. Wie geil. Kommen wir da dran an das Zuckerrohr noch? Aber egal. Wir haben genug Zuckerrohr. Jo, Mann. Yes. Vielleicht ist hier aber noch irgendwo eine Geheimtruhe. Wir müssen hier alles weghauen. Oh. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, wer das war. Das da... Ah, nee. Nee, nee. Warte. Nein. Scheiße. Nein, nein. Schreib's nicht. Schreib's nicht. Schreib nicht. Das wäre Spoiler. Das ist auch nicht cool. Ist hier irgendwo noch was? Also nicht schreiben, wer das war. Nicht schreiben, wer das war. Außer wenn das Team schon raus ist. Dann könnt ihr's machen. Aber sonst bitte nicht. Dann hab ich nicht gedacht. Tut mir leid. Vielleicht... Wir müssen hier echt diese... Vielleicht ist hier irgendwo eine Geheimtruhe drin. Ich hab... Hinter ist Wasser. Wo kommt das denn her? Ich hab's auch schon gesehen. Ich hab's auch schon gesehen. Hä? Oh, Leute. Wisst ihr, wie nice das ist? Wir haben Zuckerrohr. Jetzt können wir verzaubern, Alter. Wir haben 24 Level. Also auf jeden Fall. Satani wird ja auch nicht wenig haben. 28. Oh, mein Gott. Das ist so ein Glück, ey. Alter. Durch so einen Fuck-Zufall. Wir müssen noch zurück. Dann können wir diese Folge schon anfangen zu verzaubern. Und sind heiß. Ja. Stimmt. Komm mit. Komm mit hinterher. Ah, fuck, ey. Am besten machen wir auch dann den Weg zu. Den Gang würde ich nicht zumachen. Was ist das hier eigentlich für ein Gang noch? Ähm. Das ist... Ach, das ist doch dieser eine Quergang hier. Noch ein Quergang. Das war... Nee, das war der, wo wir vorhin drin waren, oder nicht? Nee. Das ist das World Border. Stimmt. Auf jeden Fall diese Quergänger. Ich verstehe nicht ganz, was das bringen soll. Nee, lass mal lieber den Weg zurückgehen, den wir gegangen sind. Weil sonst findet man, was das für ein Glück war. Was das für ein Glück war. Hohoho. Das Todes, Alter. Ist krass. Okay, hier lang. Okay, ist auf jeden Fall... Wir müssen hier alles zumachen. Wir müssen hier alles zumachen. Ja, hier glaube ich noch nicht. Aber... Da, wo unser Eingang halt ist, da müssen wir dicht machen. Ja. Und der ist... Irgendwo hier vorne, meine ich. Oh, ist das... Ja, hier geht's runter. Wir sind wieder im Rennen. Wir sind echt wieder im Rennen. Yesa. Mach hier dann direkt zu. Alles. Hast du genug Stein? Nicht so viel allerdings. Und nur, weil wir Zombies durch diese Gänger gehört haben. Jo, ist echt so. Oh, ist das krass, Alter. Ich komm noch nicht drauf klar. Das ist einfach ultra. Ich weiß nicht, wo ist unser... Creeper! Pass auf! Alles gut. Ich weiß nicht, wo unsere Base ist. Hier. Ich hab's ja gefunden. Komm. Nice. Jo, Leute, Leute. Ich mach aber hier noch zu grad. Ja, natürlich. Ähm. Boah, ey. Ihr glaubt es nicht. Ihr... Glaubt... nicht. Wie geil das ist. Es ist unfassbar. Jetzt sind wir nämlich wieder da. Wir sind wieder zurück, Leute. Wir müssen jetzt... Sag bitte jetzt nicht, wir haben kein Leder. Guck mal, Geheimtruhe. Wir müssten doch... Wir müssen Leder haben. Und wenn haben wir... Äh... Wenn haben wir noch hier die scheiß Viecher. Die, äh... Äh, wie heißen sie? Kühe. Genau. So. Also, Buch hab ich schon mal gecraftet. Jetzt muss ich nur noch... Wir brauchen zwei Diamanten nochmal, ne? Ja. Für Verzauberungstisch. Genau. Willi. Ach nee, Wombo. Kommen wir da nicht auch irgendwie Obsidian für? Ja, genau. Das machen wir ja aus der Ender-Chest. Genau. So. Geil. Oh mein Gott. Endlich haben wir ja auch mal Glück, ey. Jetzt brate ich direkt auch mal Eisen, ne? Ach, du hast noch... Du hast noch Groß-Eisen. Groß-Eisen, ja. 34. Rekt meinen Ofen gehämmert. Äh, wirken wir mal bitte deine Schmaragte zu. Ja. So, ich farm hier auch direkt weiter, ne? Müssen jetzt... Dürfen wir echt jetzt keine Zeit verlieren, weil jetzt geht's wieder runter. Wir brauchen auch Eisen für den Amboss, also eine Menge. Oh ja, oh ja, das müssen wir noch holen. Scheiße. Das brauchen wir echt. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch wieder ziemlich was zu tun, würde ich sagen. Ja, endlich, endlich wieder. Oh Mann, ey, wie geil. Perfekt, Obsidian. Ach, da oben komme ich nicht dran. Mist. Ey, so aus dem Nichts heraus. Ja, ist echt so. Zum Glück hast du da irgendwas gehört, ey. Sonst wäre mir nämlich nicht suchen gegangen. Ja, guck mich an. Guck mich an. Ja! Was verzaubern war? Diaschwert oder Eisenschwert? Ich würde sagen, jetzt sogar... Na, ist die Frage, ne? Wollen wir als erstes... Ich verzauber als erstes mal mein Diaschwert auf Level 1. Ach, wir brauchen Lapis dafür. Lapis. Haben wir... Ich hab Lapis. Ich hab Lapis. 62. Hier, schmeiß ich dir hin. Dann machen wir das mal. So. Sehr geil auf jeden Fall. Läuft. Oh nein, auf das... Nimensis der Gliederfüße. Ne, warte mal. Aber man kann... Sieh doch jetzt, was man bekommt. Nur wie kann ich... Scheiße, auf das Diaschwert... Muss ich erstmal, glaube ich, ein Eisenschwert verzaubern oder sowas? Ne, ich will das nicht auf zwei Level verzaubern. Kann ich den vielleicht einmal abbauen, den Verzauberungstisch? Und dann geht das wieder... Nimensis der Gliederfüße wäre echt uncool. Oh ja. Das wollen wir doch gar nicht. Eigentlich Schärfe ist einfach das Beste. Vielleicht auch irgendwie Verbrennung. Ne, scheiße. Okay, dann muss ich jetzt auf Level 2 Nimensis der Gliederfüße verzaubern. Aber nur auf ein Eisenschwert. Und jetzt Diaschwert. Und da bekomme ich Schärfe 1 rauf. Hast du? Ich hab ein Schärfe 1-Schwert. Ja, wir sehen jetzt ja immer, was man bekommt für eine Verzauberung. Ja, das ist geil. Ich verzauber jetzt erstmal meine komplette Eisenrüstung. Bogen. Meine komplette Rüstung einmal schnell verzaubern. Boah, geil, Alter. Schutz 1 auf Schuhe. Auf meine Diabos-Platte werde ich nur Schutz... Schutz, perfekt. Boah, Alter. Ich farme hier auch des Todes schnell gerade. Schusssicherheit, Haltbarkeit, nein. Ich muss mir erstmal was anderes verzaubern. Mein Helm. Wir brauchen eigentlich nur irgendwie was... Eigentlich Schutz ist das Beste. Ja. Meine komplette Eisenrüstung ist gleich auf Schutz verzaubert. Haltbarkeit. Schutz 1, nice. So, hier ist... Zadani, hier hast du die Dingens. Dann kannst du erstmal schnell verzaubern gehen. Ja, mach ich gleich. Die Eisenrüstung mach ich dann und... Genau. Und erstmal würde ich deinen Diaboschwert dann wirklich verzaubern. Ja, okay. Wie viel Level hast du noch? Hast du noch genug? Okay. Da ist er verzaubernden Tisch. Obwohl, wir können wirklich auch Diamantschwerter zusammenpacken, ne? Weil jetzt macht das Diamantschwert gerade Angriffsschaden. Steht das da irgendwo? Ja, 8,25. Könnten wir auch machen. Das wäre gar nicht dumm. Ja, und dann hätten wir... Dann hätten wir ein besseres. Ne, auf Schärfe Dings kommen. Auf Schärfe 3 oder auf Schärfe 2. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein Schärfe 1 Eisenschwert von denen mitgenommen. Okay. Zwei Minuten bis jetzt etwa bleiben. Das müsste ja auch besser sein als normales Diaboschwert, ne? Das auf jeden Fall, ja. Aber verzauber jetzt erstmal dein Diaboschwert auf Schärfe 1. Musst du siehst ja, wie gesagt. Und wenn du dann zum Beispiel... Ja, wenn du jetzt der Gliederfüße oder sowas bekommen würdest oder irgendwas unnötiges, dann verzauber erst mal ein anderes Rüstungsteil. Damit quasi wieder eine neue Option entsteht zum Verzaubern. Ja. Und ganz wichtig ist ein Shounding Table. Schärfe 1 würde ich kriegen hier. Ne, nice. Okay, dann mach das. So. Ähm. Jetzt die Russi noch. Okay. Ah, am besten wäre, wenn ich die aber repariere noch, die Rüstung. Ja, die geht noch. Geht noch. Ist die schon so kaputt? Ne, geht noch. Alles gut. Ah. Da. Schutz 1. Musst halt immer gucken, dass es auch vielleicht jetzt nicht zu viel kostet, ne? Also ich glaub, du wirst es schon verstehen, das Verzauberungssystem. Ja. Das läuft. Ich denke, das, äh. Eine Minute werde ich gekickt. Bedeutet, ich muss noch ganz schnell einmal hier ein bisschen nachpflanzen. Meine Augen jucken gerade wie Sau. Okay, hab alles Schutz 1. Nice. Sauber. Und schärf 1 Dia. Bedeutet, wir müssen jetzt am besten jede Folge 4 Diamanten machen, damit wir jede Folge neues, äh, äh, Dia-Schwert verzaubern können. Oh, yeah. Oh, 18 Level hätte ich sogar noch. Krass. Ja, noch 16 Level. Bedeutet, wir werden jetzt auch wieder runtergehen können, mal ein bisschen in Höhlen. Und einfach in 3 Sekunden, wenn ich gekickt, ähm, fang schon mal an, die, ähm, Ender-Shits zuzubauen. So, ja. Und die Geheimtour in der Zeit werde ich jetzt noch schnell farmen. Und ich baue den Verzauberungstisch schon mal ab. Ach, hast du schon abgeholt? Okay, perfekt. Ja, hab ich. 10 Sekunden werde ich gekickt, beziehungsweise. Okay. Ja, dann, äh, ich bin jetzt auch, äh, zu Ende. Genau. Okay. Ja, wir würden uns sehr über eine positive Wertung freuen. Und, äh, ja, dann würde ich einfach behaupten, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Verzauberungstisch hast du eingesammelt? Ja. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, Leute. Tschüss. Ciao. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.